das ist doch mal ein schönes startbild auf jeden fall wunderschönen guten morgen liebe freunde der sonne herzlichst willkommen zu einem weiteren let's play virtual 3 mit paxis oh jetzt sieht man noch leichte grafische schwächen wenn man die blätter aus der nähe sieht aber ich hab's ja schon mal gesagt blätter sind einfach als wenn man ich denke es ist auf jeden fall möglich blätter dreidimensional weil es sind ja nur zweidimensionale abbilder aber ich denke es ist auf jeden fall möglich dreidimensionale blätter zu erzeugen grafisch heutzutage logisch aber es wird einfach so viel leistung fressen muss ich mir vorstellen gerade jetzt die blätter die so weit weg sind da erkennt man es ja nicht so richtig dass das jetzt nur zweidimensionale weil es schon relativ statisch wirkt aber im großen und ganzen ist halt einfach so dass es wird es so viel leistung so viel power fressen die komplett 3d zu animieren oder halt auch hier so einen boden komplett realistisch zu gestalten das würde sich halt einfach nicht lohnen deswegen kann ich nachvollziehen dass man das nicht macht das würde auch meinen rechner nicht hergeben wahrscheinlich gibt es gar keinen rechner auf der welt im privaten besitz der sowas leisten könnte okay kümmert sich um die probleme auf dem koronata weil gut ach ja jetzt haben wir ja hier eigentlich noch das andere quest gefunden wo wir aber irgendwie jetzt gar kein also gar nicht mehr die aufgabe haben verstehe ich gerade nicht ich überlege gerade es wird halt hier irgendwo in der nähe sein also es wäre halt einfach nur dumm jetzt das quest nicht weiter zu machen die frage ist halt nur wie heißt das quest keine ahnung blümmern wir erst mal die vorräte der händler weil wie gesagt die sind alle tot das heißt die brauchen die sachen nicht mehr und wenn ich nicht mitnehmen dann nimmt halt irgendjemand anderes mit deswegen mache ich das jetzt weil ich da bock drauf habe und es wird schon wieder dunkel oder was ja es ist gleich 20 uhr wir machen mal die fackel an solange wie es noch aushalt hallo du sollst die fackeln machen so lange wie es noch aushaltbar ist versuche ich sie auszögern bevor ich mir die tiere zum nächsten morgen wir müssten echt mal basiliskenschuppen sind eigentlich dicker nicht so fein dieser hier könnte feuerempfindlich sein du hast recht jocasta hat schreckliche angst vor feuer sie ist eine sehr empfindliche kreatur du darfst sie nicht töten sonst rottest du mit ihr eine ganze spezies aus aber ist doch so oder so egal ist doch eh die letzte ihrer art das heißt die wird doch eh irgendwann sterben also hä seltsam diese brandspuren war das das monster gift diese unterart muss ja hochtoxisch sein oh ja wunden von silber basilisken werden ganz besonders brandig ich muss einen trank zum neutralisieren zubereiten es geht auch ohne gerald ganz andere gifte überstanden fuchsfell tussar ritter turnierrüstung kupferkette deine gegenstelle wurden aufgewertet vielen dank auch noch aufgewertet dann speichern wir mal war aber doch irgendwo was rotes gewesen ja zerstörte fässer der inhalt ist überall es muss tannin drin gewesen sein zum ledergerben das monster hat die fässer zerstört deswegen riechen die schuppen so joko ist ja so neugierig besonders bei starken gerüchen diese fässer müssen sie zu der karawane gelockt haben zerstörte fässer mit speicheldraten ein angriff hier hat der basilisk sich wohl sein zweites opfer geschnappt jedenfalls gibt es zwei gerüche gift und tannin damit müsste ich das monster finden warum willst du das tun die okaste steht unter artenschutz sollte sie sterben würde das gleichgewicht im ökosystem dauerhaft aus den fugen geraten die folgen wären nicht abzusehen provoziere sie einfach nicht wenn du hier nichts tust wird auch sie dich in ruhe lassen ich argwöhne schon lange dass sie das mit absicht machen ihre wahren parfümieren damit der basilisk sie zerstört dann können sie die versicherung kassieren was mache ich denn jetzt erst mal meditieren das wird mir echt immer zu dunkel gibt es die option den nicht umzubringen ich meine halt menschen umgebracht was soll ich machen das ist halt trotzdem irgendwie ein monster ne also machen einfach mal das quest ohne dass wir jetzt das ausgedeht haben verfolgt er uns jetzt ja nochmal schauen vielleicht folgt uns wirklich kann ich ja irgendwie noch irgendwas geichseln und drehen dass das auch anders ausgeht aber ich glaube es fast nicht der geruch ist zu zerstreut der basilisk muss sich in den lüften befinden ach sag bloß ich bin ja auch ein flecken eindeutig ok die blutflecken kommen immer noch ein paar meter weil er ja fliegt so es ist richtig scheiße das im dunkel zu machen aber da haben wir den geruch wieder ja es ist immer noch auf den spuren nicht so was sind eigentlich direkt ein paar fragezeichen die wir lösen oh aber dann verliert er natürlich den geruch hier aus den augen ne scheiß drauf genau wie ich es mir dachte das zweite opfer ist relativ unversehrt das wollte der basilisk wohl für später mit ins nest nehmen dann hat er es fallen lassen ich möchte wissen warum auftrag der pötzschutz lieber gaston auf deine frage zur geplanten route für die tannin fässer kann ich bestätigen dass die offizielle zunftroute nach wie vor über das land von graf die salvares führt die zunft zieht keine notwendigkeit von dieser traditionellen route abzuweichen da der graf sich verpflichtet hat für alle schäden aufzukommen die der große weise schrecken anrichtet selbst bei verlust der gesamten ladung entsteht der zunft kein finanzieller schaden naja mit absicht scheinen sie die nicht zu profitieren aber die nehmen das auf jeden fall dankend in kauf dass er das dann ersetzt aber damit machen sie ja keinen gewinn oder sie bekommen das gleiche geld was sie an gewinnen gemacht hätten das kann doch nicht sein so wir sind gleich da aber der ist nicht mehr dabei der graf ich höre etwas aber das ist kein basilisk menschliche stimmen menschliche stimmen und zu den ich sie hat angst scheint zu wissen dass und wer bist du sowas das wollte ich euch auch gerade fragen man nennt uns die haudegen haudegen wohl nicht zufällig die aus zinnfried was doch woher weißt du das und noch einmal wer zum hinker bist du Geralt von Riva Hexer ich kenne eure Waffenbrüder Boholt Hexler und neuntöter und den kleinen dieser Hexer bist du ja Boholt hat dich erwähnt dich und deine erstaunlichen Schwertkünste ein Profi trefflich dass du vorbeikommst wir können das Vieh gemeinsam erledigen sein Gift soll ein echter Albtraum sein wir könnten jemanden brauchen der mit anpackt die Belohnung der Gilde teilen wir gerecht auf bist du dabei meine Herren Schluss damit davon will ich absolut nichts hören ihr dürft Jokaste auf keinen Fall töten sie steht unter Schutz die Belohnung der Gilde kann ich euch zahlen ich zahle sogar doppelt aber lasst Jokaste in Ruhe ihr könnt doch nicht einfach das letzte Exemplar einer aussterbenden Unterart töten du willst dafür bezahlen dass wir gar nichts tun das ist ja mal was ganz neues was sagst du dazu Meister immerhin hat das Vieh die menschliche Unterart schon um mindestens fünf Exemplare dezimiert das Monster muss sterben wir sollten den Basilisk nicht töten der Basilisk bleibt am Leben wir bringen ihn nicht um ein Hexer der ein Monster verteidigt hat man sowas schon gesehen Männer du stehst wohl auf das Vieh dann gibt es heute wohl keine Monsterschlacht aber aber hattest du nicht was von Geld gesagt habe ich in der Tat und ein Mann ein Wort dein Anteil Hexer das war ja einfach alles Gute Hexer seltsam mit dir zu arbeiten seltsam aber erfreulich macht's gut Leute du hast Jokaste verschont ich danke dir sei versichert dass ich aufpasse dass sie niemanden mehr umbringt du musst dir mehr Mühe geben hier darf niemand mehr herkommen das werde ich tun Meister du musst diese symbolische Summe nehmen wärst du nicht gewesen hätten diese Haudigen meine Jokaste gewiss erschlagen ich brauche nicht mehr gib es lieber den Familien der Opfer deines Haustierchens das ist edel von dir Meister so soll es sein Jokaste hat ihr Nest verlassen sie hat wohl die Gefahr gespürt bestimmt kommt sie wieder ja das tut sie immer vielleicht hat sie auch andere Gründe ich glaube sie hat einen neuen Gefährten gefunden einen gewöhnlichen Basilisken keinen silbernen aber wer weiß was dabei rauskommt vielleicht brütet Jokaste bald wieder ob dann eine neue Unterart entsteht das will ich doch nicht hoffen alles Gute ich musste einfach meinem Herzen folgen ich glaube es war nicht ganz dem Charakter von Geralt gerecht ich glaube da sieht dann doch das Menschenleben über dem eines einer aussterbenden Monster ausstehen das heißt er hätte sich bestimmt für das Töten des Monsters entschieden und nicht gesagt okay scheiß drauf der kümmert sich schon drum dass niemand mehr stirbt aber ich versuche halt nicht nur so zu spielen wie Geralt das tut also ich versuche schon immer mit dem Charakter das das Protagonisten wieder zu spiegeln aber da gibt es halt immer Ausnahmen wo ich einfach meinem eigenen Herzen folgen muss und in dem Moment erschien mir einfach es am schlauesten die nicht umzubringen die Jokaste ja und ich bereue es auch nicht manchmal habe ich ja meine Entscheidung direkt bereut nachdem ich es gemacht habe von daher alles Gute also ich bereue es nicht und wenn wir jetzt einmal hier sind machen wir halt jetzt gehen wir halt jetzt hier lang es war anders als ich es geplant hatte aber egal von daher ich spiele halt immer so eine Mischung aus meinem Charakter und dem des Protagonisten den ich steuere manchmal ist es halt so dass der Protagonist meiner Meinung nach einfach genauso edelmütig ist wie ich und ich daher nicht wirklich abweichen muss manchmal kann ich nicht wissen wie der Charakter desjenigen ist dann kann ich einfach so spielen wie ich das sowieso machen würde nicht gut große Fußstapfen die vierte Gruppe ah das schon wieder und dann gibt es halt Situationen wie hier wo ich halt einfach einen Kompromiss finden muss ich glaube das ist das letzte oder was muss ich jetzt hier machen so das Arbeitslager ich hab's doch gar nicht verfolgt verdammt was ist denn da los ich hab's doch gar nicht verfolgt das gewesen hat einfach so ausgewählt gemein Blut sehr viel Blut Na noch irgendwas oder ah Spuren Kikimoras Ach Kikimoras waren doch diese nervigen Dinger oder? Wechselst die gerade? Ne ne ne? Ich glaub das sind die super nervigen Es ist halt auch viel zu sein wenn ich diese verdammten Fußspuren wieder sehe naja was soll's essen wir mal was Irgendeins meiner Schwerter hat doch auch mehr Schaden gemacht wenn wir volle Energie hatten aber ich glaub das war mein Eisenschwert also für menschliche Gegner und Tiere und nicht das Silberschwert für Monster Ja das sind die nervigen Tiere Das stinkt Ich muss aufpassen dass ich immer dass ich immer ein Es ist geil wie das Wasser verschwindet wenn sie da aus dem Ding rauskommen oder sich eingraben seht ihr das? Sehr geil Okay bisher einfach Er muss immer daran denken dass ich mindestens Einen von meinen Atralin Punkten behalte damit ich halt mir die Option wahre Da ist der Chef Damit ich mir die Option Ah genau das damit ich mir genau diese Option aufhebe den mit einem Schlag umzubringen Sehr sehr geil Darauf muss ich auf jeden Fall in den zukünftigen Kämpfen achten Dass ich immer mindestens einen Atralin Punk habe Und wenn ich 2 habe dann steigt er die Wahrscheinlichkeit auf 4% Und wenn ich 3 habe steigt die Wahrscheinlichkeit sogar auf 6% Und das ist halt schon echt viel 6% Das bedeutet dass wir Ähm was hatte ich gesagt Bei 2% aller 50 Schläge Bei 4% aller 25 Schläge Bei 4% aller 25 Schläge Und bei 6% aller 12,5 Schläge Habe ich das gerade richtig in Erinnerung? Naja auf jeden Fall Gar nicht mal so viel Und da ich ja eh relativ wenig mit Zaubern arbeiten muss Ist es vielleicht sogar ganz schlau wenn ich in Zukunft gar nicht mehr zauber Und halt wirklich auf 3 Adrenalin Punkte und 6% Wahrscheinlichkeit gehe Eier Eier Ich muss sie einlischen Sollte Deutlich Besser sein als ab und zu mal Igni zu verwenden glaube ich Interessant dass diese Kikimoras hier ihre Eier Über der Erde haben Ich habe sonst immer nur welche in Höhlen gesehen Interessant Sollte man aufschreiben Notieren Hallo Jetzt Die vermissten Arbeiter Das ist ihnen also zugestoßen Oh nein, bin ich jetzt wieder Bin ich jetzt wieder an diesem blöden Denkmal? Bitte nicht Verdammt Wer hat sich das denn ausgedacht? Dass man dann immer komplett woanders ist? Die sollten ein wenigstens die Option lassen Dass sie quasi fragen Möchtest du zum Denkmal Oder Möchtest du da bleiben wo du gerade bist? Ich möchte natürlich da bleiben wo ich gerade bin Ach als bin ich wieder wo ganz anders Bin ich denn jetzt? Hier ist der Handelsposten War die... Hä? Ach es gibt mehrere Statuen? Ne, Moment mal Das sind die jeweiligen Punkte aber die Statue war doch nicht hier oben oder? Ich war doch nicht hier oben beim letzten Mal Ich war doch hier irgendwo Bin ich doof? Verwechsle ich das gerade? Oder gibt es wirklich... Hä? Oder... Ach ne, ich guck nur so weit Ich kann nur so weit schauen Alles klar, bingo bongo Ach... Ich hatte gerade Angst Oder? Ne, Moment mal Wenn das wirklich hier ist, kann ich doch nicht... Ich guck doch keine 100.000 Meter weit, oder? Oder? Doch, es wird schon so sein Das ist hier irgendwo Hier ist es, hier Meiner Meinung nach Hier Kann ich echt so weit gucken? Krass Ich bin immer wieder überrascht, wie weit man gucken kann Okay, dann bin ich aber jetzt erstmal nicht so böse drüber Dass... ähm... Ich jetzt immer noch am gleichen Ort bin, logischerweise So, wie mache ich denn jetzt die Fragezeichen hier, klar? Jetzt bin ich wieder in so einer blöden Position, wo ich gar nicht sein wollte Ich glaube, jetzt ist es fast besser, wenn ich es so mache Bumm bum 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 Schön, dass ich direkt auf dem Pferd bin Sagen wir hier, irgendeine alte Hütte Wird wahrscheinlich zu dem... Los, los... Wein hier gehören Okay, ich habe mich wieder mal umsonst aufgeregt Sorry! Sind wir auch gleich da Würde sagen, das Fragezeichen lösen wir mal noch in der... Banditenlager, oi 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 Lösen wir mal noch in der Aufnahme So, und jetzt dran denken, nicht sinnlos Igni verwenden Ist wahrscheinlich profitabler für mich Lange Sicht, wenn ich mit... Du wirst das nie lernen Au Wenn ich mit drei Ach, jetzt geht die Scheiße wieder los Wenn ich mit drei Adrenalinpunkten spiele Ah, das war schon wieder so einer, so ein Direkt-Toter Na... Brüder! Töten wir! Mordern wir! Geht's dem ruhigen... Du Schlammersack! Ja, das macht die Kämpfe deutlich geiler Sehr geil! Das macht die Kämpfe deutlich geiler Und wie gesagt, dass ich eh nicht so ein riesen Zauberfreund bin Das sind jetzt auch keine wirklich geilen Zauber Ich finde zum Beispiel, dass der Igni-Zauber selbst Auf voll aufgepumpter Stufe viel zu schwach ist mittlerweile Also einfach viel zu wenig Schaden macht Und ich finde, da hat sich nicht wirklich gesteigert der Schaden Also da müsste sich halt einfach mit dem... Ich finde das auch ein bisschen Ich finde das auch ein bisschen Ich finde das auch ein bisschen